Was ist denn in der Box, dass du nicht 150 Euro gibst? Also ihr habt eine Uhr gewonnen, tatsächlich. Wirklich, tatsächlich? Ja. Na dann. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebau und heute haben wir mal wieder das Lieblingsformat. Und zwar, wir sind in der Berliner Innenstadt mit der Mystery Box und ihr könnt live dabei sein. Diesmal haben wir wieder einen Special Guest. Eli ist mit uns am Start und wird das Ganze jetzt mit moderieren. Wir hatten ja vorher Marc Eggers und die guten Nico. Und jetzt bist du mit uns hier. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich versuche hier ein paar Leute jetzt anzuquatschen und wir müssen die dann... Entweder hier oder hier, ne? Entweder Kohle oder eine Uhr oder Nüsse. Eigentlich ist alles gleich gut. Wir haben eine Uhr, wir haben ein Moonswatch, wir haben alles diesmal drin. Und jetzt versuchen wir mal die Leute, ihr wisst ja, beim letzten Video auch in der Infobox verlinkt. Und deswegen haben wir dieses Mal nur Nüsse drin. Ist schon gemein. Ist schon gemein, aber es ist auch... Hatten wir nur Nüsse hier drin und alle wollten den Big Hit. Und jetzt ist halt die Frage, haben sie das Video gesehen oder nicht? Ich glaube, die meisten nehmen das Geld. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Ich glaube nicht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier 200 Euro, dann würde ich sofort... Du wirst gleich sehen, wir bieten 1.000, 1.000, 5.000, 2.000 Euro, die Leute werden trotzdem in die Box. Aber okay, wir probieren es aus. Wir sind auf der Suche nach dem ersten. Okay, wir gehen mal, wir machen mal, wir fangen mal an. So, wir haben jetzt die erste Person gefunden. Das Gute ist... Du weißt doch gar nicht, was du dich einlässt, ne? Das Gute ist, du kennst uns auch nicht, ne? Nein. Gar keine Ahnung. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Wir haben ihm das gerade erklärt. Marc kann es nochmal erklären. Ja, wie ist der Name? Ich bin Jamal. Jamal, okay. Ja, Jamal. Also, wir haben jetzt hier eine Box, hier kann alles drin sein. Und wir würden jetzt einfach anfangen, dir Geld zu bieten und du kannst entscheiden, möchtest du das Unbekannte haben oder 100 Euro? Das Interessante ist, erkennt uns beide jetzt nicht, ne? Und wir drehen das Format häufiger. Okay. Wir haben... Also, wir verkaufen halt verschiedene Dinge. Wir verkaufen Luxusparfüm, Uhren, wir verkaufen aber auch Espresso und so weiter. Das heißt, alles ist möglich. Also, jetzt ist natürlich die Frage, bist du ein Zocker oder würdest du jetzt zum Beispiel sagen, pass auf 100 Euro, nehm ich? Ja, ich zocke natürlich. Ich versuch's mal. Also, ich würde die Box nehmen. Aber da kann jetzt auch nur Nüsse drin sein, ne? Wir hatten ein Video, da haben wir ausschließlich Nüsse, weil normalerweise, wenn die Leute mit denen dann sagen, ich nehm auf jeden Fall Nüsse. Aber, aber, das sieht aus, als hättest du noch mehr Kohle, ne? Achso, meinst du, da wird das hochdrücken? Ja, ich glaub schon. Meinst du, ja? Ich glaub, es wär's mal. Ich weiß es nicht. Also, du willst die Box? Ja. Okay. Darf ich die Box irgendwie kurz halten? Du kannst die Box auch halten, ja. Du darfst sie auch halten. Es ist schon was drin. Also, was drin ist auf jeden Fall. 150 oder die Box? Die Box. Die Box wird Zimmern. Sehr gut. Magst du Parfum? Ja. Ja, ich mag Parfum erst. Okay. Was ist dein Lieblingsparfum? Zurzeit benutze ich Molekül und Jo. Oh, okay. Molekül, sehr schöner Duft. Oh. So, 250 Euro. Das ist ja da. Da hat man jetzt immer gleich zucken sehen. Ja. 250 Euro wird schon eher ernster, ne? Ja. Wird schon. Darf ich noch mal die Box kurz halten? Ne? Ne. Ja, ich nehm die Box trotzdem, glaub ich. Guck mal, ich hab mich da raus. Ich hab mich da raus. Ich hab mich ein bisschen angeschissen. Ich geb's zu. Aber es gefällt mir, wie er sich nicht runterkriegen lässt. Okay. Ich hab das Gefühl, dass was Gutes in der Box ist. Aber die Chance ist schon verschwindet gering, ne? Versuchst du mich runterkriegen? Ja, ja, ja. Hör nicht auf wieder. Hör nicht auf wieder. Du bleibst bei der Box? Okay, kein Problem. Das sind jetzt 450 Euro. Ernsthaft? Was ist denn in der Box, dass du mich 150 Euro hübst? Kann auch nix drin sein. Also, kann auch Nüsse drin sein. Echt? Hm. Also, wir haben schon viele gesehen bei dem Format. Er macht das öfter. Die da schon wirklich auch, man muss es sagen, sich da verbrannt haben, ne? Also, du musst es... Ja, ja. Ich sag's dir. Ich muss... Ich bin immer für... Ja, ja. Ich bin immer für... Ich bin immer gegen dich. Okay. Für die Leute. Okay. Ich bin immer gegen ihn und für die Leute. Es gab Leute, die haben sich... Die haben sich schon gut verbrannt. Die haben sich gut verbrannt. Es werden auch keine Ausnahmen gemacht. Wenn da jetzt ne Nuss drin ist, dann kriegst du die Nüsse. Ja klar. Aber das fühlt sich nicht nach einer Nuss an. Oder wie groß sind die Packen? Das ist schon... Es ist auch Glas. Es sind mehrere Sachen drin. Mehrere Sachen. Es kann auch... Was haben wir noch? Wir haben noch... Wir haben auch günstigere Uhren. Omega Moon Swatch zum Beispiel. Kann auch drin sein. Wie teuer sind die? Die kosten so... 3, 4, 500 Euro. Hm. Nüsse. Parfüm. Uhren. So, wir machen jetzt glatt. Bar fertig. 500 glatt. 500. 500 Euro. Ja. Und du saß grad hier? Ja, ich bin völlig überrascht. Auf was wartest du? Also auf was hast du gewartet? Ich wollte eigentlich gleich zum Sport, nur einen rauchen und dann trainieren. Eigentlich das war mein Plan für heute. Ja. Ja, du. 500 Euro. Ich nehme 500 Euro. Egal ob da eine Rolex drin ist. Aber siehst du, das ist interessant. Irgendwann wechseln wir heute. Irgendwann wird man schwach, ja. Aber es ist jetzt die Frage. Vielleicht, wenn wir jetzt hier drin die Uhr haben, die Rolex liegt bei 6000 Euro, die wir heute machen. Was soll ich mit einer Rolex für 6000 Euro? Ja. Oh Gott. An dich wieder verkaufen. Ja. Machst du sowas, ja? Ja, wir kaufen auch da. Dann nehme ich die Box. Dann nehme ich, nee. Also ich glaube, ich bleibe bei den 500 Euro. Ja. Oder willst du mich jetzt davon im Gegenteil bezeichnen? Das ist die Frage. Weißt du, man kann sich für 500 Euro viel kaufen, aber halt, sag ich mal, Rolex ist halt mehr, ne? Ja, du. Ich habe einen Sohn, ich nehme die Kohle. Ich brauche mir irgendwas Schönes. Was würdest du mit dem Geld machen? Ich würde ihm jetzt ein paar Produkte kaufen, ein paar Anzugklamotten. Wie alt ist dein Sohn? Der ist ein Jahr alt. Oh. Na, ist cool. Der ist halt auch ziemlich klein. Also das ist die Frage. Kannst du einmal entscheiden, was du nehmen möchtest? Das Geld oder die Box? Ich habe da jetzt nur drei. Ja, okay. Du willst die Kohle irgendwie nicht rausgeben, ich verstehe nicht warum. Okay, mein Bauchgefühl sagt, nimm die Kohle. Okay. Dann, an dieser Stelle einmal herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Und wenn wir mal reinschauen, diesmal hat er sogar richtig, in Stuttgart, die Leute waren schwieriger. Wir hätten jetzt hier nur ein Parfüm drin. Es kostet auch 300 Euro. Alles klar. Ich habe sozusagen gewonnen. Ja, toll. Nice, Mann. Danke. Dann, ja, viel Spaß damit. Vielen lieben Dank. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Vielen Dank, Jungs. Kein Problem. Ich wünsche euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Ich wollte rücken. Ja, pass. Gestern habe ich fast. Viel Spaß. Danke. Ciao, ciao. Und was sagst du? Alter, ist das warm, ne? Cooler, cooler, sympathischer Typ fand ich. Erster. Sehr cool, herzlich. Am Anfang fand ich wirklich, wenn du mich fragst, ich hätte schon bei 100 Euro, wenn so ein Streamer und so ein schmieriger Anzug Typ, da würde ich sofort die 100 Euro nehmen. Das würde ich gar nicht drauf ein, ne? Ja, ja. Aber guck mal, 500 Euro rausgeholt. Ja, stark. Dann suchen wir jetzt schon mal die nächste Person und werden das Ganze im Austausch. Okay. So, wir haben jetzt hier die nächsten zwei, ein bisschen jünger, 24 haben sie gesagt. Und 24-Jährige könnten immer... Jetzt bist du während der Schule. 25. Ja, okay. Du bist so, als wenn die... Da ist eine älter. Man kann als 24-, 25-Jähriger immer Kohle gebrauchen oder eine Rolex. Das ist ja auch nicht schlecht. Oder ein Parfüm. Was macht ihr beruflich? Ich studiere. Was? Grundschullehramt. Na, und du? Ich habe gerade eine Ausbildung abgeschlossen, war in Thailand und bin eigentlich gerade erst wiedergekommen. Wie war Thailand? 10 von 10. Ja, ein Kumpel von mir war auch in Thailand. Das ist auch. Also streng genommen, arbeitslos. Okay. Okay. 100 Euro. 100 Euro. Entweder nehmt ihr 100 Euro. 50-50. Wir wollen ja nicht langweilig sein, wir nehmen die Box. Sehr gut. Das ist sehr gut. So. War wir da so dritter drin. Nein, jetzt ist es so ein Spiel. Okay. Immer mehr. Nein. Bis wann geht's? Mit 200 Euro. Ja, das weiß ich nicht. Wann geht's? Wir nehmen die Box. Immer noch Box? Ich hoffe, da wird noch mehr. Die Leute zocken. Ja, die Leute zocken. Wie toll ist das? Mit 100 Euro die Leute nehmen 100 Euro. Ich würde sofort 100 Euro nehmen. Ja. Ich meine, wenn ihr jetzt schon mit Rolex und so ankommt. Ja, das stimmt. Du siehst zu schmierig und greif aus. Weißt du, die denken, da ist zu viel. Der muss es doch. Ja, ja. Aber, ja. Aber steht hier. Das ist es. Ja, finde ich auch. 300 Euro. Die Rolex wäre 6000 Euro. Wer die wäre. Aber als ob ihr jetzt so eine Rolex verschenkt. Das ist ja nur Geld. Das ist ja nur Geld. Das ist alles nur Fake. Das ist YouTube. Das ist alles nur gefakt. Keine Rolex. Nochmal Box? Ja. Mann. Ey, ist das so schlimm? Das ist schon krass. Am Ende ist das ja wirklich nur Geld. Es ist halt nur Geld. Wir brauchen Geld. Und wenn es halt weg ist, dann wissen wir zumindest, was drin ist. Nee, ich sage noch einmal die Box. Ja, einmal sagen wir noch Box. Dann nehmen wir das Geld. Ja, dann nehmen wir das Geld. Ja, seid ihr sicher? Krass. Also, dass die alle zocken, finde ich unglaublich. Aber ich finde es auch interessant, dass quasi das bricht bei diesem Geldbetrag. Wir haben jetzt... Das sind nicht die Ersten, die da eigentlich... Nee, nee, die Ersten... Ja, okay, dann nehmen wir die Box. Oh, wir nehmen die Box. Oh, hier ist ein bisschen Umstimmlichkeit. Ich weiß es nicht. Also, das wären pro Nase 200. Wir haben das letzte Mal. Jetzt sagt ihr nicht noch mal Geld. Jetzt sind da nichts drin. Aber da zum Beispiel merkt man schon, dass die Leute so... Irgendwann ist denen das Risiko dann zu... Alle sind kräftig. Ja, weil 400 Euro ist aber auch viel, ne? Also, 400 Euro dafür. 400 Euro im Verhältnis zu 6.000? Naja, aber du weißt ja nicht... Ja, aber du weißt ja nicht, ob 6K oder... Ja, aber du weißt ja nicht, ob 6K oder... Ja. Das machen wir mal. Okay. Also, jetzt 500 Euro gelackt. Aber ihr zeigt uns dann sowieso was in der Box. Wir zeigen euch, was da drin ist, ja. Wir zeigen euch, was da drin ist. Na, nee. Ich bin Student. Davon könnten wir Urlaub bezahlen. Ja, okay, dann nehmen wir das Geld. Na, ähm... Nee, das ist du... Also, wir haben 250 Euro für jeden. Aber das kann man jetzt so blöd teilen. Am Ende ist es mir nicht egal. Doch, kann man gut teilen sogar. Das passt. Jetzt die Frage. Hopp oder Topp. Nee, komm, wir gehen für die Box. Alter, ich rasse dich. Also, aber hier wird's... Also, wenn da jetzt Flaschnüsse drin sind, dann... Wie viele... Ja, dann hab ich echt eine schlechte Sache. Dann schmeckt auch das Sushi nachher nicht mehr. Ja, glaub ich echt nicht. Na, am Ende... Wie viele... Darf man fragen, bei wie vielen Leuten ihr das schon gemacht habt heute? Also, wir waren schon... Wir waren schon ein bisschen... Wie viel Geld habt ihr schon verloren? Also, geht's jetzt heute Richtung Ende? Ein bisschen was. Jetzt ist die Frage, weil ich glaub... Macht ihr das noch länger heute, oder? Seine Fragen sind gut. Ja, komm, scheiß drauf, wir nehmen die Box. Ja, komm, wir nehmen die Box. Es sind 500 Euro wirklich. Ja, wir nehmen die Box. Ist das jetzt auch nicht so krass? Ja? Boah, okay, krass! Nein, nein! Es ist saufend Geld. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Geld ist nur Papier. Geld ist nur Papier. Die Box. Dann schauen wir rein. Okay, okay, wir schauen rein. Hier haben wir diesmal... Also, ihr habt eine Uhr gewonnen, tatsächlich. Aber eine Candy-Uhr. Nein, nein, nein. Es ist die Omega Moonswatch. Tatsächlich. Wir haben eine Frau ausgesucht, weil es ist die Venus. Es werden so gehandelt, um die 400 Euro circa. Ah! Das haben wir jetzt auch. Ja, von daher. Ich glaube aber, hier geht da tatsächlich nur eine Rede raus. Das ist vor euch. Ich glaube, die ist dann... Aber die Uhr, die kann sie auch rein theoretisch verkaufen. Kann man auch verkaufen, klar. Kann man auch verkaufen. Für den selben Betrag. Kann man die euch verkaufen? Nein, 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 nein. Wir sind gute Menschen. Nein, ihr habt gezoppt. Das war wirklich... Ich hätte bei 200 schon genommen, ne? Ja, ja. Du hast bei 50 Euro genommen. Ohne Witz, 100er, würde ich nur sagen, pass. Ich würde jetzt Sushi essen. Na gut. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Vielen Glück beim nächsten... Ja, ciao. Viel Erfolg vielleicht. Ciao, ciao. 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 Hallo. Wie geht's? Gut. Und selbst? Auch, auch. Ja? Okay, okay, okay. Also, wir haben ja eine Mysterybox. Hier kann alles drin sein. Also eine Rolex, Parfum, Nüsse und so weiter. Und ja, wir würden halt Geld bieten. Und du kannst es dir aussuchen. Entweder nimmst du das Geld oder halt die Box. Und das geht dann immer... Also ja, das... Aber man weiß nicht, was da drin ist. Man weiß eigentlich, was da drin ist. Da kann eine Uhr drin sein. Da kann ein Parfum drin sein. Da kann aber auch Nüsse drin sein. Also, was überhaupt nichts wert ist. Aber Nüsse werden stark. Nüsse werden stark, ja. Dann fangen wir mal an. Ich hab ja nichts zu verlieren, oder? Ja, das stimmt. Das ist smart. 100 Euro oder die Box? Hm. 100 Euro oder die Box? Okay. Ja, guck mal. Ich wollte gerade zum Baumarkt. Ja? Ich wollte gerade ein paar Sachen einkaufen. Das wäre schon stark jetzt. 100 Euro. Aber in der Box könnte... Also sag mir noch mal ein bisschen was über die Box. Also bis... Der Höchstpreis liegt bei 6000 Euro. Okay. Das ist ein Datejust. Aber sonst haben wir auch halt Parfum. Das ist der geringste Wert. Das ist wahrscheinlich bei der Nüsse und bei der Schokolade. Das sind dann so 12 Euro. Okay. Eine Uhr wäre aber auch stabil. Eine Uhr wäre super. Aber ist auch der Hauptpreis, ne? Der Hauptpreis. Wie viele Boxen habt ihr? Wir haben nicht so viele. Wir haben heute... Also fünf Stück haben wir insgesamt. Okay. Und ich bin der wievielte? Das habe ich nicht. Das wäre jetzt interessant. Ja. Das wäre eine schwere Entscheidung. 100 Euro und höher gehst du nicht, ne? Natürlich gehe ich höher. Das ist eine Frage. Guck mal wie der aussieht. Also wenn du jetzt die Box... Wirst du die Box nehmen? Ich bin gerade 50-50. Okay. Dann machen wir 200 Euro. 200 Euro? Ja. Da kann man sich vieles holen im Baumarkt. Was wolltest du holen? Genau. Farbe. Ich baue mir gerade für meine Terrasse. Ja. Eine kleine Garnitur. Ja. Aus Paletten. Und dann müsste ich nochmal drüber streichen. Boah! Das ist echt schwer. Also bei 250 würde es mich safe haben. Mir ist es ja egal. Du kannst doch die Box nehmen, ne? Da könnte ja auch eine Rolex drin sein. Und dann kannst du dir da den halben Baumarkt holen. Ich sage dir so, es ist mir gleich, ob du das nimmst oder das nimmst. Ja, das ist mir klar, dass es das gleich ist. Zum Beispiel in Stuttgart war das so. Wir haben in Stuttgart gedreht. Da hatten wir eine Runde nur Nüsse. Und die Leute, die waren so auf die Box fixiert. Das war geistesang. Das heißt, wir waren am Ende bei 1000 Euro. Die Leute haben trotzdem die Box. Und dann haben sie am Ende die Nüsse bekommen. Ja. Das heißt ja 1000 Euro. Was wäre dein Max, wie hoch du gehen würdest? Das ist die Frage. Wie verhandelt wird. Das musst du halt wissen, ne? Es kann auch sein, dass ich jetzt abspringe. Ah, du könntest auch abspringen. Wenn du zum Beispiel sagst, du nimmst die Box, sage ich, okay, hier ist die Box. Ah. Das geht in beide Richtungen. Aber das ist jetzt die Frage, nimmst du die Box? Nö, wenn du mehr 300 Euro gibst, nicht. Ja, das ist die Frage. Also du musst dich jetzt entscheiden, 200 Euro oder die Box. Das ist die Fragestellung. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme die Box, dann könntest du auch sagen, ja, okay, nimm. Ja, kann ich auch sagen. Oha, ich nehme das Geld. Ja? Ja, safe. So einfach geht das? So 6.000 Euro und Rolex Datejust und so sagst du, nee, das nicht. Ich kann dich jetzt richtig sauer machen, ne? Ja. Ich habe eine wunderbare 25 Euro Casio zu Hause. Okay. Die macht echt ihren Dienst. Was soll ich mit einer Datejust? Ja, siehst du, das ist okay. Also was dann? Theoretisch könntest du sie verkaufen. Ja, stimmt. Ey, ich denke daran nicht. Ich denke daran nicht. Aber dann müsste ich die halt auch verkaufen. Das stimmt. Oder nimmst halt auch schnell 200 Euro, gehst zum Baumarkt. Oder die Nüsse. Und Nüsse habe ich auch zu Hause. Das hast du auch zu Hause. Du hast keine Farbe zu Hause. Ich habe keine Farbe zu Hause. Ihr seid so ein bisschen Good Corp and Ben heute. Aber unbedingt diese Boxnuss werden und du die Nüsse. Ey, ey, ich muss das Geld nehmen. Ja? Ja, das ist mir sicherer. Guck mal, nehmt euch daran ein Beispiel, okay? Also erstmal, das was hier drin ist, ist auch 200 Euro wert. Davon mal abgesehen, das wäre das noch nicht releasete Parfum von uns. Ja. Das noch nicht rausgekommen, ist Amorist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Leute, seid nicht immer nach dem Big Win mehr. Nicht zu gierig. Vorhin waren welche bei 500 Euro und haben dann die Box genommen und da war dann Parfum drin. Was halt geringer. Also am Ende ist es so, man darf heutzutage, die Leute sind alle immer hinterher und denken, dass sie im Casino gewinnen und so weiter. Guck mal, das ist ein rationell vernünftiges Verhalten. Stark. Vielen Dank. Ja? Gutes Beispiel. Stark. 200 Euro, viel Spaß mit deiner Farbe. Ja, danke. Das war's schon. Das Parfum ist bestimmt 300 Euro. 199. Herzenswert. Okay, danke. Schönen Tag, ne? Ciao, ciao. Und? Der erste Vernünftige, ne? Guck mal, so stelle ich mir das vor. 200 Euro einstecken, da geht er zum Baumarkt, wollte ich noch was zu essen. Der wollte mich nach oben drücken. Ja, stark. Der wollte mich nach oben drücken. Aber weißt du, was das war? Er hat so viel Angst gehabt, dass ich gesagt habe, er hängt auf die Box. Ja, ja, ja. Also wegen dem einen Satz, ein Satz hat ihn schon zum Schwitzen gebracht. Wir haben hier den nächsten. Wie ist dein Name? Ich bin Tarek. Tarek, was machst du beruflich? Ich bin Bauingenieur. Bauingenieur. Ah, okay, 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 okay. Na gut, wir haben dir das Format ja schon mal erklärt. Du weißt nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Da kann eine Uhr drin sein, Schokolade, Nüsse, Parfum oder halt, man weiß nicht ganz genau, was da drin ist. Aber Marc wird dir jetzt was bieten. Okay. Und du hast die Wahl, nimmst du das Geld oder nimmst du die Mystery Box. Okay. Fangen wir an. Fangen wir an. Also, das ist jetzt die Frage. Ich kann auch aussteigen. Ich kann dann sagen, okay, hier ist die Box. Oder du sagst, nee, pass auf, ich will die Box haben und dann kann ich vielleicht höher gehen. Aber es geht in beide Richtungen. Du kannst quasi jetzt sagen, 100 Euro ist mir zu wenig. Ich will den Inhalt dieser Box haben. Okay. Vielleicht lege ich dann 100 drauf oder auch 500 drauf oder 1000 Euro drauf. Oder vielleicht gebe ich dir auch die Box. Okay, na gut. Und, was nimmst du? Dann nimm ich die 100 Euro. Echt? Ja. Okay. Wie jetzt? Also, wir haben schon ein paar gefragt und du bist der Erste, der sofort die 100 Euro nimmt. Also, er sagt, er sagt... Ich hab keine Zeit. Ja, okay, smart. Wie jetzt? Zeit ist Geld. Das ist smart. Ich hätte gedacht... Der Vor-Ingenieur ist so jemand, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, komm, wir zocken eine Runde. Ich zock nicht. Ich brauch nicht zocken. Ja, okay. Ich hab nicht vorbereitet gewesen. Nee, das ist... Du bist der Allererste, der... Am Anfang haben wir wirklich Leute, die halt hoch Risiko gehen. Wenn er sagt zum Beispiel immer, ich würde 100 Euro, ich nimm die 100 Euro. Ich hab auch gesagt, 100, 200 Euro würdest du sofort nehmen. Okay. Also, wie du. Das hätte ich auch gemacht. Dann bin ich ja doch nicht der Einzige. Ja. Also, was machst du jetzt? Ich bleib dabei. Auf jeden Fall. Man merkt auch, er ist hart und so. Also, du kriegst den nicht. Du kriegst den gar nicht. Ihr habt doch gesehen, dass ich in eine war. Ja, das stimmt. Das war halt so das Problem. Leicht verdient und 100 Euro. Seid ihr sicher, dass ihr mir die geben wollt? Ja, natürlich. Ja, klar. Okay, cool. Ist es sicher, dass du die 100 nimmst? Ich nehm die 100, aber trotzdem darf ich wissen, was da drin gewesen ist. Ja, Katsu. Dann wäre die Rolex gewesen. Dann wäre die Rolex gewesen. Ja, dann. Das wäre eine Date. Wirklich, tatsächlich. Ja. Na dann. Trotzdem, 100 Euro. Aber 100 Euro. Ist doch geil. Aber cooles Format. Wir haben uns beim letzten auch gerade gesagt, guck mal Leute, ihr dürft nicht danach gehen. Wir haben hier so, so viele Durchgänge. Wir haben ein Video in Stuttgart gedreht, wo nur Nüsse drin waren, weil die Leute mich in der Regel kennen und dann immer nur die Box nehmen wollen und da waren halt für 12 Euro Nüsse drin. Das ist das richtige Verhalten. Ihr werdet nicht gewinnen. Auch wenn ihr zockt, ihr werdet nicht gewinnen. Das hier ist eine Ausnahme. Also, er hat nicht reagiert. Dann vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ciao. Niemals gedacht, ne? Das war so. Ich dachte, ja. Ich dachte, er ist nochmal davon gekommen. Er ist nochmal davon gekommen. Ich habe versucht, ihn noch so ein bisschen dahin zu lenken. Aber krass. Also Leute, ich sag mal so, ich sag mal so, Leute, ne? Mein Interesse ist natürlich nicht, die Uhr zu verschenken. Also, wir ziehen weiter. Also, jetzt, das Video ist zu Ende, aber es wird eine neue Runde geben. Ja, neue Runde. Können wir gerne nochmal machen. Ich hätte hundertprozentig gedacht. Da denkt sich so, ja, okay, Bauingenieur, 100 Euro. Ey, ich hab voll Angst gehabt. Mach mal, Zeit mal her. Ich denke, ich hab mir gedacht, Bauingenieur, ich brauch doch kein Geld. Ja, ja, ja. Gib ihm, Alter. 1.000 Euro, 2.000 Euro. Genau. So, 100. Vor allem, wir haben ja sogar gesagt, vielleicht legen wir 200 Euro drauf. Also, es war ja klar, dass du eigentlich nochmal was drauflegst. Aber guck mal, das sind Prinzipien. Das sind Prinzipien. Und so jemand, der geht gerade durchs Leben. An dieser Stelle, Eli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und dann schaut gerne bei ihm vorbei. Alles ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf der Straße. Also, ciao, ciao. Ciao. Ciao.